Mühle reinwerfen, dass es sich verheddert. Dann entnäusen wir mal diese Maschine. Ja. das leisteste war so, das will wohl auch am langsamsten sein, so habe ich mir auch dieses Spiel ausgesucht als erstes Let's Play. Okay. Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe Musik weg, heisst Monster weg. Oh, Meselwafferspritze. Dazu sind die Viecher aber zu blöd, oder? Da unten durchzukrabbeln. Oh, Waselwafferspritze. Oh, Waselwafferspritze. Oh, Waselwafferspritze. Das ist so ein Viecher, oder? Oh, Waselwafferspritze. Oh, Waselwafferspritze. Oh, Waselwafferspritze. Oh, Fuck. Oh, Waselwafferick. Ahaha Ahaha Ich muss weiter, hier geht's ja nicht weiter Warte mal, eben warte noch im Puzzle, du get's through Wollt ihr mich verarschen, oder was? Uaaaaah Jaaa Fuck, 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 fuck Da geht's wieder Da geht's wieder Da links kann's nirgendwo hin Hm Oh Gott Da hockt er, im Grunde ist was ich hin Da komm ich dann durch Da sind alle Äh Da ist ja nichts Da ist so'n Ding an den Kopf Oh Fuck Das Stein an die a An das Ohr schlagen hat ihnen schon gereicht Waaah 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 Fckin hell wie schnell sind die Viecher Waaah 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 Da habe ich nie mal einen Adrenalin-Spiegel von Drolftausend. Wieso konnte das plötzlich so schnell rennen, ne? Die ganze Zeit. Muss ich da schnell sein, Mann. Ach. Und das Viech? Das Viech ist nicht da. Das war auch nur ein Skript-Fig. Fein zu. Oh, jetzt muss ich mich wieder so eklig schnell beeilen. Wobei die Türen braucht es ein bisschen, bis es einschlägt. Aber zwischen den Türen kann ich verdammt schnell rennen. Okay. Tief durchatmen. Durch die Türen durch und zuschlagen. Hä? Ach so, das passiert nur einmal. Soll mir recht sein. Ich weiß nicht, dass die Türen keine Leitung glättern kann. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Die Tür lassen wir mal auf, dass ich weiß, wo ich war. Ich kann die Orientierung gerade flöten her. It won't budge. Au. Puh. Puh. Ja. Boah, das ist so eben her. Hat mir wieder gereicht. Am liebsten hätte ich gerade einen Rage-Grid hingelegt. Jaaaa. Wenn es um Horrorspiele geht, will ich eine kleine Pinzbacke. Ich spiele zwar am liebsten, aber dosiert. Also gut. Ich habe hier mal eine Pause. Eieieiei. Mal gucken, wann es weitergeht. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.